der importiert ins system wir den basis importer reichen das soll dann einfach alles was aus der fertigen kiste kommt importieren also gold chips gold redstone 3 redstone wir haben block ich hab nichts gesagt okay das kann er nicht um ein mann aber das ja er braucht dann über kurze anlaufzeit aber es funktioniert das kann er noch um hämmern das kann er noch umhämmern einfach ein bisschen platz hier mal kurz sortieren das kann er um prügeln 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 muss man manchmal ein bisschen nachhelfen aber jetzt habe ich auch kapiert wieder das system funktioniert okay so hier kriegen wir zu den sachen zusammen sehr gut also packager funktioniert man muss eben nur richtig aufstellen dass er weiß was er zu tun hat okay jetzt mal kurz alles in dem arsch weg klauen also importer exporter braucht man dafür für beide die gold chips importer ne da reicht der basis da soll einfach alles rein schmeißen was er findet gold chips kommen für die exporter dasselbe exporter wir brauchen exakt weil der teilweise ja die samen und zeug nicht rein hauen soll und war ein gold chip und noch ein also brauchen wir drei gut quarts meise gold wir brauchen wir müssen jetzt mal wieder anschmeißen silizium da brauchen wir mal ein paar chips so meise gold wir brauchen jetzt erst mal drei zwischen ofen jagen wie sieht zum brot aus ach hier hatte ich angeschlossen hängen wasser füllen sondern natürlich kein sichel hammer mehr was haben wir für den gebraucht drei eisen und sinn so haben wir ja ja das ist doch tintin da haben wir noch das ganze kabel nämlich mal aufbauen teil brauchen wir auch wieder zum kraften aber so der tod war unendlich absolut unendlich aber was ist passiert da 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 habe ich nämlich ganz vergessen die slabs können wir nämlich auch drehen sind halbe slabs und somit haben sie auch eine richtung eine möglichkeit die richtung zu ändern verbräte nämlich nicht allzu viel saft hier wenn die kabel kann sind unendlich dranhängen er frisst jetzt auch so nicht viel saft aber trotzdem so hallo hier also näher ist ja wieder extra sales soll spitzhacker hammer alles weg die args hier die gelevelten sachen müssen wir uns eben mal neue bauen das geht ja nicht so ohne schnee wir wollen das hier le table nicht werkstation sondern in anderen muss man kurz zu fuß gucken wo ist er denn hallo da ist er doch basteltisch dann brauchen wir schablone für eine spitzhacker eine werkzeugbinder und stickies da haben wir noch so feuerstein aber ja mehr wie genug können wir also auch mal verhämmern ist egal das war der so können wir die jetzt so zusammenhauen wahrscheinlich nicht dann brauchen wir noch den anderen tisch wo ist der denn jetzt schablonen stanzer und andere tisch jetzt hallo werkstation ne wo ist ein anderer tisch fehlt doch noch ein tisch da ist er doch so haben wir zu wenigstens mal wieder werkzeuge in der hand sind es natürlich wieder alles level 0 grund werkzeuge aber ja gut wir haben sie zu wenigstens mal wieder auf tasche so apfelsaft packe ich mal weg ein teil vom brot packe ich mal weg was wieder was schief läuft wir haben es ja gesehen ruckzuck ist es passiert naja wird was soll es so chips sind soweit ok also importer exporter so importer branchen exakten ich muss immer verklicken wasser nee halt da reichen basis genau so meter quarts quarts a flug staub haben wir wieder keinen mehr wahrscheinlich warum man dafür nieder quarts staub aber noch filmen die was brauchen wir denn noch dann nehmen wir mal mit drücken wir mal kurz um also flux und zwar diesen ohne gestreckte variante von haben aber mal 12 also importer basis genau erreicht erst mal so ach nee wir haben kein eisen mehr dabei ist halt immer eine teure sache hier das ganze kraften das frisst doch eine menge material weg das kann er noch umkrempeln das geht noch da geht noch da geht noch einer das kann man nicht mehr umpacken da kann er noch wegen einem weg kann ich auch noch vollziehen da kann man auch mal so hatte die an erster stelle die packe ich mal runter zum einen was nicht geht zum anderen wasser wahrscheinlich 100 jahren keins mehr kriegt so gut da ist aber wieder halter schön drin ja nur das genau das ist ja niedrig die niedrigste die kleinste form die feinste form kriegen wir am meisten raus so mit dem cycle das haben wir müssen wir mal gucken also mit dem zyklischen assembler der sollte etwas fluffiger von der hand gehen müssen wir aber mal gucken gehen so ich brauche jetzt erst mal eisen hilft alles nirgends ach jaja die smelchery werden wir nachher dann auch ans me system knallen beziehungsweise kann man das nachher ja nicht doch smelchery ja bietet schon kann man halt ja mal zu ganzen massen durchdrücken aber die werden mit der werden wir eh umziehen noch die hätte ich gerne woanders stehen so schmutzendes eisen wunderbar wir brauchen später noch ein paar pulverizer die dann speziell nur die ganzen erze zur nächst niedrigeren form um crashen und die packer dann alles umpacken das gibt noch ein haufen gepfremel und feinarbeit das kann ich euch jetzt schon flüstern so haben wir einiges noch zu machen aber naja gott so kriegen wir einiges raus wunderbar so ich habe jetzt ein bisschen eisen auf tasche also sollten wir jetzt alles dabei haben importer umrechnungs matrix brauchen die die beide sowohl im als auch exporter nein hä der importer braucht eine umrechnungs matrix und der exporter exporter ups da hier brauche ich einen exakten aber auch auch eine ach so dass er die import export schnittstelle wird das heißt ich kann gleich zwei machen 12 so gut dann aber diesen zweimal mir fehlt jetzt wieder irgendwas ja glas da so import export schnittstelle brauchen wir zwei jetzt noch zeigt ach so kabel ja gut so import export schnittstelle zwei stück perfekt so import bus exakter da darf ja einiges nicht reinpacken ne quatsch der importer tut es ja ins system packen jetzt brauchen wir noch pistens aber noch kommt ja wohl auch einstige pisten mal wieder koppel noch holz für bretter 3 recht genau für einen mehr will ich ja gar nicht so das ist wieder ein gekraft hier ohne ende kolben diesel zack einmal einmal so äh import ah ne den haben wir ja schon genau ein basis me import bus der darf alles ins system importieren genau so einmal und dann brauchen wir einen exporter da brauchen wir einen exakten weil der ja einiges nicht ins system auch aus dem system raus dahin exportieren darf basis ach fehlt nur ein piston ok kolben jetzt fehlen natürlich bretter da ist die müssen abklöpseln hier es wird halt immer so einfachen sachen wie holz weißt du quatsch wurde dich eigentlich dumm und dämlich sammelt bist du das mal zusammen hast ich weiß es aus meinem tech world display da habe ich mich dumm und dämlich gesucht bis anscheinend mal quatsch gefunden haben wir haben was schon block stack weise mittlerweile ist schon geil irgendwo naja man will es ja nicht beklagen ne so wie stehen wir hier noch ein bisschen was drin gut kriegen wir mal mit eisen zusammen hier so zack bretter also kolben taps einer reicht so dürfen wir jetzt importer haben wir exporter wie gesagt hier in den exakten ich muss mir verklickern was alles rausschmeißen darf also einmal diesen chip exakten eksport bus na sehr geil he 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 freut mich jetzt gerade sehr schön so der packager also ich brauche theoretisch noch einen importer der dann hier aus der kiste alles rausholt was da drin ist er darf ja endlos alles ins system schmeißen ist ja egal ohne umrechnungs matrix als branchen und goldschiff war mal eben noch ein so mit dem basis brauche ich ja nur ein importer basis m import also genau bei einem chip sollte man eigentlich noch alles auf tasche haben ich habe doch schon umgebracht so m import muss genau das würde einfach nur ins system importieren was er da hat einmal diesen und diesen ganz dicke pisten wird aber kein redstone mehr kein redstone mehr willst mich verarschen redstone block nein alter ich nicht schnell schnell mal hier redstone verbrät das ist wahnsinn ratzfatz ist es leer hat auch keiner das meer der siebt ja immer noch sand durch wir machen schon wieder gar nichts mehr da haben wir noch acht das ok gucken wir mal ich dränge mich mal kurz zwischenrein da ich es schneller klicken kann wieder aktivator dränge ich mich mit dem das jetzt natürlich immer vor was auch nicht das problem sobald ich auch verschiebt er wieder nach das ist jetzt mal schneller beim letzter stapel so haben wir jetzt genau einen hält es kann nicht wahr sein genau ein redstone jedoch wieder alles voll tanks da alter ich will sie noch voll die dinge oder was die waren voll ok ja jetzt läuft noch das rein was alles in den leitungen ist das hat sich ja komplett voll staunen können jetzt import bus genau also war ja pisten hier einer kautschuk kalt schick so festen dass da da ich weiß rezept nicht auswendig brauchst gar nicht versuchen so haben wir noch einen import bus genau also jetzt fehlt es wahrscheinlich an eine mekar wir haben nämlich nicht genug so das soll ruhig beide kisten befüllen das egal tipps so wips gehen wir weg da so was im import bus wie ihr seht wir können an dem ding auch nichts einstellen weil das jetzt nur die funktion der holt jetzt nur aus dem system raus wo ist mein importer hat aber hat der vakuum trichter so eine range das gibt es ja gar nicht da ist er hat er so eine reichweite der ist ja brutal wie weit er langt also heftig so der importer macht jetzt nichts anderes wie alles was in der kiste ist ins system zu importieren auch so deswegen hat auch ein basis importer gereicht weil der wie gesagt da macht nichts anderes wie raus aus der kiste rein ins me system dem ist scheißegal was da drin ist alles was in der kiste einlager war ist sprich alles auto ins system und mehr soll auch nicht machen mehr will ich ja gar nicht so kabel da 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 und da 6 reicht auch nicht sehr weit ich brauche noch mehr glas ich habe ja kein sand das ist so nervig hier stimmt den rohstoffen nach kies ohne ende warum man stapel sand jetzt hier gebe ich mal noch kies mit so wird die polo reißer polo reißen im moment gar nichts macht ihr ein gespeite kisten voll hier jawohl sehr gut also koppel exportieren koppel der ist noch eingestellt der ist noch blind hat er auf ein paar sachen umkrempeln müssen da wollte ich auch nicht dass das automatisch ins system reinhaut sonst renne ich im zeug wieder ewig nach also jetzt läuft das wieder schön langsam wollte ja noch mit der kiste umziehen fällt mir gerade auf so plöpp so dass das das kann weg geht das eigentlich also ne das ging ja nicht hatten wir ja schon getestet steckt das sehr gut warte mal aktivator kann ich mal umkrempeln hier da mal das andere klauen ja so ne wobei da kann das baut machen das egal ähm da kann das rundherum machen ist nicht so tragisch so kabel ich wollte mal ein glas damit sand wieder weggepackt nach sechs an tier irgendein mal schon steck sand geklaut euch ein sand jetzt hingeschmissen nachher so soll der mann stapel glas brennen genau wo ich meinen ganzen stack so flugs staub flugs so rohplastik war aus kautschuk umbrennen okay also baum das kriegen wir ja nur aus den baumstämmen raus jetzt ist die frage wenn ich nochmal abbaue kann ich dann nochmal gummi rauskriegen weiß ich gar nicht wäre ein bisschen gescheitert aber nein nur beim ersten mal gut ja dachte ich mir fast wäre auch ein bisschen gescheitert irgendwo das ist ja endlos vorräte an gummi hier haben wir eigentlich ein gummi noch was da ne setzling ohne ende also kautschuk müssen wir dann umbrennen zweimal aber gut egal plastik haben wir auch nichts mehr da ich hatte aber einmal plastikfolie gemacht weil wir das gebraucht haben zum einen für die quest zum anderen braucht man später für ein paar maschinen und wollte ich noch jetzt erstmal aber da mal ja gummi baum setzten aber gar keine gekriegt diesmal aber noch erde da nicht ein block erde achte willst mich doch verarschen da haben wir dann auch siehst du genau da habe ich ja mit schwatter worte mal angefangen ja das ding kann zum amerikanen kommt da hatte ich noch ein bisschen mit sporter gemacht wegen seelen sein falls mal wieder quatsch brauchen immer wenn man mangels da zwar überhaupt nicht dran aber man weiß ja nie so erde können wir noch ein paar gummi bäume hocken wir brauchen nämlich noch ein paar so hier vom zweck erde gummi baum gummi baum gummi baum so ich brauche jetzt nämlich mal eine ganze reihe an gummi bäumen hier auch nämlich ein bisschen material so ich müsste aber auch mal normale bäume wieder aussetzen nehmen wir mal ganz einfache reichen bäume zwei blöcke erde habe ich noch da kann man ein paar bäume pflanzen das jetzt hier mal noch einen hin kriegen wir die abgebaut sehr gut erde und zack so haben wir ein paar bäumchen jetzt war aber noch ein glück ok 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 so also kautschuk umkugeln ofen ach bin ich froh wenn du redstone öffnen haben kann das auch automatisieren da kann ich mir einfach sagen du brennst jetzt ab sofort sobald irgendwas von den acht materialien bis zu acht materialien einstellen sobald irgendwas von den acht materialien kommt einfach durchbrennen nicht fragen machen wenn wir jetzt hier goldchips zum beispiel bauen kann ich mir einfach sagen hier sobald es da ist brennen durch silizium zum beispiel brauchen wir ja für fast jedes ding habt ihr schon gesehen können fragen sagen hier wenn davon was kommt weg die scheiße da kann mit dem dann einfach ein bisschen besser beibringen was er zu machen hat ans ins baus guck mal so das können wir das können wir das kann man sich umpacken das kann man noch umpacken nicht fünf diamanten das ist so bestehen man hier ja den ganzen sonn das muss man alles noch um schreddern aber da müssen wir noch eine ordentliche anlage bauen und ein paar polo reise und hast du nicht gesehen und ach halt auch auf so gummiregel wieder durchbrennen zuroplastik und die quarzmischungen nämlich strecken der siftet hier noch das durch so nach und nach mal spartner schwestern einen toll wie man das der noch mal kurz hier an betrieb ich wollte eigentlich noch ein paar zeit bauen passive dann kann man mal alle sechs aktivatoren endlich in betrieb nehmen ja aber das muss man noch alles umkrempeln hier mit den ganzen teilen hier dass die hier automatisch dann material aus dem me system kriegen also kies und das et cetera das kommt dann einstellen auch kommt er lässt mich nicht mehr auch mal da ist ja geht doch er hat mich jetzt drei vier blöcke nicht gelassen der sps ist hier auch noch ein paar redstone jetzt mal zu beginn zwei naja immerhin das können wir mal mitnehmen dass wir da so schnell sowieso nicht um prügeln können die kann er nicht umhämmern da ist das kann er alles nicht umkrempeln von daher können wir es auch mitnehmen das kann er nicht umhauen so kakaobohnen das ist mal wieder ein bisschen platz ist halt von anfang bis mama wirklich richtig platz im ms system haben guten paar schubfächer haben wir noch frei können wir noch ein paar chips bauen später dann auch größere chips gerade dann wegen der ganzen umklopperei und kraft erreicht da werden wir dann chips brauchen ohne ende wegen dem ganzen hier in den ganzen formen hier und dann fertig gebacken kann man später müssen gas geben so plastik genau da soll ja mal komplett durchbrennen haben wir mal da flux staub und zwar die gestreckte variante 8 was fehlt uns denn neta quatsch staub da könnte man bloß noch mal ein machen da war halt noch mal vier da wir kriegen noch ein bisschen wetter und zusammen gepolt mal gucken da ist schon wieder fertig sondern ganz neun meter kurz mal durch hermann ist egal die haben alles oder nichts mehr ich mache das jetzt mal ein bisschen anders da so und zwar die werden jetzt mal kurz alle blind gestellt die sollen wir mal alle hier kommen bzw warte mal ich habe doch hier kies ohne ende war da mal halt kies du exportierst jetzt auch nichts die sollen wir jetzt mal stapelweise zeug herstellen die sollen wir jetzt mal steckweise kies zusammen prügeln zu sand und dann zu das und dann lasse ich jetzt mal sport dann noch ein paar sieben alles mal alle sechs aktivatoren nur das durch sieben dass wir mal redstone auf vorrat kriegen wir haben hier wir probieren die ganze zeit mit so mini vorräten rum sie haben wir gar keins mehr okay also bretter haben wir was habe ich jetzt fischte ist ja egal geht ja auch ich müsste das hier sein fischtenholz genau stickies haben wir hier noch 31 reicht also auch sei der quatsch faden 66 noch zusammen 1 2 3 4 5 6 6 7 so können wir sechs bauen ok nee quatsch das jahr spruce drei stück genau so viele leute club und also ganzen sand alles rausnehmen round about alles rausnehmen da hat man noch das raus round about genau die sonne jetzt mal nämlich eine ganze reihe dann einfach an das durch hermann das war da mal ein bisschen was auf vorrat kriegen an redstone jetzt das nervt nämlich wir kriegen ja nichts zusammen so sichel hammer die machen wir jetzt mal kurz alle blind und so kann ich in dem schmuck kurz ganzen kies aus ganzen sand hier auslagern so genau ach nee direkt umhämmern so genau das ist das was ich will warte mal wenn wir mal so viel sand haben kann ich doch direkt sand umfrügeln ich bin auch der schlauesten einer hier kann ich doch direkt umhämmern sand so kies sand so genau machen wir das jetzt halt mal kurz in handarbeit aber was sonst so ich spiele jetzt nämlich mal redstone hier auf vorrat haben das nervt nämlich denn ich renne ich hier irgendwelchen rohstoffen nach weil ich keine vorräte zusammen kriegt davon aber teilt geht nicht das geht nicht das geht nicht das nervt nämlich mit der zeit wenn du ständig deinen min vorräten hier nachrennt weil du nichts an rohstoffen zusammen kriegst 3,3 redstone schon mal sie siften nur das genau mit schon mal was mal haben da kann ich jetzt auch mal alle aktivatoren endlich mal rennen lassen so wie das eigentlich gedacht war sehr schön da können jetzt mal sechs aktivatoren durch rennen hier so hatte ich mir das vorgestellt das ganze sehr gut hier mal alle blöcke zusammen packen was habe ich jetzt hingesetzt weg da so kabel kabel weg kabel 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 ich lasse die jetzt ecke jetzt einfach erstmal so stehen hier mit dem ganzen maschinchen das passt jetzt für den anfang mal so vier redstone so ich hätte gerne die plastik variante zack und 24 flugstaub na also haben wir da jetzt mal ein bisschen drauf ketter hier also drei kassetten fallen okay die ist noch gut ja der hat noch ein bisschen platz so ähm kabel wollte ich noch herstellen dass wir das ding mal anschließen können so okay also der importiert alles was aus der kiste kommt raus genau vorne stellen wir dann eine truhe hin da soll er dann alles in die kiste rein ballern was er zu und so kram sind dass der packager das umprügeln kann dann habe ich aber nicht hier hinten stehen dann kommt mal wieder vier redstone sehr gut sehr gut so sind natürlich gleich wieder alle leer aber okay ich bin jetzt gerade fleißig am durchprügeln dann lasse ich die mal alle in stackweise das durchhemmern das können wir dann sowieso nach und nach automatisieren dann kann ich sagen du kriegst nur das du kriegst nur das du kriegst nur das und dann passt das dann so das mal wieder nachfüllen zipp 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 so wunderbar und schon haben wir ein stack das zusammen sehr gut so ich will ja schon dass jeder was machen kann jetzt ungefähr so aufteilen hier so Hauptsache Räder kann was durch sieben mal wir tun jetzt quasi so als hätten wir sechs spieler hier wo jetzt hier die ganze zeit nur im sekundentakt einen rechtsklick machen aber so kriegen wir jetzt unseren redstone jetzt endlich mal zusammen den wir brauchen so sonst gibt das ja nie was hier also gäbelchen gabel 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 drohen plastikern was natürlich auch wieder strecken aber ich habe jetzt gerade kein star müssen wir uns auch wieder die ganze zeit umbrennen hast du nicht gesehen und überhaupt also gäbelchen gabel 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 so löps acht stück sehr schön eins zwei drei vier fünf machen wir mal 16 äh 18 hier also sechs mal sollte für den anfang jetzt mal reichen für unsere zwecke hier hätte mir auch ein kabel schenken und fällt mir gerade auf wenn wir kommen jetzt auch drehen der ganze kann das ganze auch ein bisschen anders verlegen nämlich eins näher dran so kann doch eigentlich auch um ja da ich muss jetzt anfangs halt doch ein bisschen sparsamer umgehen mit den kabel können wir das ganze aber einfacher verlegen was wir nicht so viele brauchen ich kann das auch einfach oben drüber legen sprich schon nichts dagegen sitzt für den anfang ja mal egal so ich bin was einfach oben drüber fertig ist ja jetzt nur für den anfang werde ich wahrscheinlich noch fünf mal umbauen wird es dann ordentlich sitzt aber jetzt für den anfang ist das absolut okay so kann nämlich hier zack zack und so na siehst du dann haben noch zehn kabel übrig so theoretisch sollte jetzt bereits alles ins system rein laufen mal kicken ob der jetzt hier brav alles nicht wieder festglitschen hier ob der jetzt brav alles abpumpt ja nach und nach der importer der kann der basis importer kann halt immer nur ein item pro tick rausholen wie ihr seht der zählt das ja ganz brav runter hier sieht man ja es geht ganz ganz langsam runter die bestände aber er holt es raus so wie er es soll so den Package den wir mal klauen so dynamo meine kabel hier brauchst du ja gar nicht anfangen mit hier so den ballern wir dann hier nämlich hin dann haben wir den nicht da hinten hier umfahren so so der pumpt jetzt die erze brav hier alles ins system so gott genau kiste leer und wenn die irgendwas durch gesichtet haben schiebt das automatisch wieder nach so da ich jetzt auch eine fraude sau bin krempeln wir das ganze kurz um und ich hau den importer kurz hier ran selbst so jetzt zieht uns hier nach und nach alles raus dann müssen wir nicht alles von der hand hier umräumen so sehr schön klar war es voll die schmelzen aber noch wird also noch abgepumpt achso ist noch nicht ganz voll ja kommt aber gleich gut ähm ähm Packager ne ich würde den cyclical assembler gerne mal testen also den zyklischen assembler da so brauchen wir erst mal eine stromquelle dazu beziehungsweise stromquelle haben wir wir brauchen erstmal assembler so äh haben wir noch kabel ja dynamo so können wir eigentlich auch direkt ranpappen ist ja auch Latte so lädt sich auf wunderbar redstone controller aus saft kriegt er gut so die schemas haben wir die noch da trin jawohl das war der kupfer genau können wir auch mal direkt testen ob er funktioniert wie er soll so da braucht es einen importer und einen exporter da muss er irgendwie auch die sachen hier reingedrückt bekommen ne also